So, und wir starten jetzt wieder direkt rein bei Resident Evil 7. Boah, ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken vor meinem eigenen Schatten. So, zuletzt dürfen wir auf den Dachboden gehen. Das ist der Knopf hier, der macht die Treppe runter. Aber uns fehlt ja immer noch die Sicherung. So. Das heißt, erstmal die Sicherung suchen. Kriege ich das jetzt vielleicht mit der Axt auf? Nein, leider nicht. Ah, genau, wir können jetzt mit dem Bolzenschneider die Tür hier aufmachen, den Schrank. Ja, ich will den Bolzenschneider benutzen. Hä? Jetzt. Da ist die Sicherung. In der Demo hat man hier nämlich die Videokassette gefunden. Da war mir. Und das ist natürlich, wie ich das jetzt durch Benoshi ter swimsuit hat. Ich bin hier beiКА. Also, ich bin das bei REM. Und da ist die Debatte nun bei der surelystenٍ Also. thisarle hennen zum Überraschung zu sein. Okay, die Sicherung ist drin. Jetzt sollten wir eigentlich die Treppe runterlassen können. Die war... War die Tür eben da auch schon auf? Ist mir egal. Ich mach sie zu. Boah, Alter. Ja, ich hab den Achsenhals gerammt. Das auch. Zieh das Ding raus, Junge. Zieh! Ah, Mann, nicht. Das tut doch weh. Alter, muss das so? Was muss ich tun? Ich werde aufhören. Ich werde Zeit und alles niederrücken. Hey. Alter. Gieß dir doch da was rüber. Vielleicht sollte ich meine Hand mitnehmen. Kann man wieder ran... äh... nähen. Ach, das ist so ne... ist so ne Fleischwonde. Halb so wild. Ach, ne Pistole. Ist ja schön. Zum Glück. Ich bin ja mal gespannt wie ihr... ...wie ihr mit einer Hand das Magazin nachlädt. Okay, mit dem Mausrad können wir die Axt auswählen. Ist hier noch irgendwas... Haufen Schuhe, ey. Wie viele Schuhe haben die hier? Ach ja, die Kisten kann ich glaube ich kaputt machen. Ich frage mich, ob ich irgendwas falsch gemacht habe, oder muss das so mit der Hand, ich habe keine Ahnung. Ist ja nicht so geil, wenn wir jetzt den Rest des Spiels keine Hand mehr haben. Und noch mehr Munition, okay. Okay, da ist nix. Unter dem Bett. Ist auch nix. Oh, die ist euren Puppen, ne? Ey! Wo ist die andere? Ach da. Oh. Alter. Macht mich fertig, das Spiel. Ja. Oh. 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 Ich frage mich auch, ob das Spiel wie die Demo verschiedene Enten hat, also je nachdem wie man spielt, aber ich wüsste nicht was ich bis jetzt hätte anders machen können. Gehen wir mal hier hoch. Oder auch nicht. Aua, Mann lass mich doch mal schießen. Alter. Wie viel hält sie denn aus? Oh, die Leiter ist weg. Kacke. Ich glaube, ich kann sie gar nicht töten. Schöne Munition anhalten jetzt verschwendet. Hä? Hä? Wo bin ich? Ah, warum geht das da nicht... Ich dachte, das geht da runter. Ah, von hinten. Mal gucken, ob wir alle jetzt noch töten müssen. Okay, da kommen wir nicht mehr raus. Dann... Ist da auch noch eine Tür oder was? Willkommen in der Familie. Oh, Alter. Daddy ist da. Was? Mal gucken. Was? Was? Ja. Was? Komm schon, stopp uns jetzt nicht weg. Hast Arbeit zu erledigen. Hä? Haben wir uns gerade den Arm wieder angetackert? Wo, wo bin ich? Was zur Hölle? Schlafmütze, Zeit fürs Abendessen. Wer, wer sind sie alle? Wo ist Mia? Wie ist das? Es ist gut. Er erkennt gut nicht mal, wenn man es ihm unter die Nase reißt. Der Junge muss was essen. Er muss sein Abendessen haben. Komm her, Junge. Los jetzt, komm schon. Komm schon, komm schon. Oh nein, oh nein, er isst es nicht, Jack. Er isst es nicht. Er hat das für ihn gemacht. Du bist ein Mistkerl. Ich kann es nicht glauben, Mistkerl. Er isst es nicht. Er isst es nicht. Das soll ein ganz besonderes Kind sein sein. Komm her, Junge. Was ist denn ein krankes Arschloch? Ich komme zu dir zurück. Und wieso sterben die nicht? Was hat er da jetzt am Arm? Eine Uhr? Sieht man leider nicht. Nein, Großmutter. Alles klar, oder was? Kann ich dir helfen? Ich habe Civi. Können wir ein Messer nehmen oder so? Nein. Schade. Jetzt sind wir hier, glaube ich, in dem anderen Haus. In dem Hauptgebäude. Alter, was ist das? Welche Gedärme? Schmeckt auch nicht. Aber hier sieht es noch relativ sauber aus, im Vergleich zu dem anderen Haus. Oh, das gute Silberbesteck von Oma. Da gehe ich noch nicht runter. Ich will erst mal gucken, wo es hier an der anderen Tür war. Was steht da? Enjoy? Nee. Kann ich leider nicht lesen. Ich frage mich, ob wir hier auch, ob die uns jetzt töten, wenn die uns hier erwischen. Oh, ich bin gar nicht da, ich bin gar nicht da. Was macht der da? Oh, kacke, er kommt. Na gut, dann gehe ich halt erstmal hier runter. Oder kann ich da überhaupt runter? Nee. Da fehlt mir noch irgendwas. Oh, kacke. Stiefel. Stiefel. Ich habe keine Waffe, um mich zu wehren. Die Hoshis sind jetzt da draußen, ey. Okay, er ist weggegangen. Aber ich glaube, der Vater ist hier noch immer in einem anderen Raum. Du weißt, dass ich dich finden werde, oder? Und wenn ich dich finde? Oh, kann er sich immer so verpissen? Wie lange soll ich denn jetzt dran warten? Komm raus, komm raus, wo auch immer du wehst! Und da ist er. Er rennt ja da jetzt die ganze Zeit im Kreis, oder was? Da steht er. Oh, kacke. Ich dachte, du könntest nicht vor dem Essen davon schreiten. Ja, Mann, dachte ich. Oh, Gott. Du verschwendest deine Zeit. Ja, was? Wo soll ich denn hin? Hilfe! Kacke. Sackgasse. Ich bin sowas von tot. Oh, er kommt. Du kannst dich nicht verstecken, Junge! Ja, hat er nicht gesehen, dass ich hier runtergelaufen bin? Ich will gucken, was da drin ist. Oh, er läuft ja wie die ganze Zeit im Kreis. Der Spinner. Ja, schweinchen, schweinchen, schweinchen! Oh, er hat er nicht gesehen. Oh, ich hasse sowas. Was soll ich denn jetzt machen? Ich will hier nicht stundenlang in diesem Scheiß, in dieser Scheiß Kammer hocken hier. Ach komm, no risk, no fun. Ne, äh, wo soll ich hin? Und Schlüssel. Schlüssel für die Kellerklappe. Kacke, er kommt. Was ist das? Bild. Lückenrätsel. 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 Wer ist das? Ist das der Junge oder was? Ja, du machst schneller, Junge. Und rein da, los. Und hör zu.